So, meine lieben Kinderchen, herzlich willkommen zurück in einer weiteren galaktischen Folge Star Wars Republic Commando. Jawoll. So, wollen wir mal gucken, dass wir die Vukis jetzt endgültig mal befreien können und die Separatisten von Kasuk vertreiben können. Es geht das... Oh, oh, warum ist das denn jetzt so? Gerücht rum, dass sich hier General Grievous auffällt. Den wollen wir hier endlich Einheit gebieten. So, die Schlacht geht weiter. Hier waren wir gerade. Uh, hier noch da. Wett, wett, wett. Das ist unnötig. Nee, mussten wir da nochmal wieder ran? Blödsinn. Ja, tatsächlich. Ach du Scheiße, die müssen wir wieder hacken. Naja, dann. Das hatte beim letzten Mal ja schon so heftig... Na, komm, komm, komm. Was ist denn da los? Das hatte beim letzten Mal schon so... Das hat eben lange gedauert. Ja, wusste ich, ich sehe ihn gar nicht. Der brutzelt mich hier weg. Kann nicht sein. Man kriegt immer nur tatsächlich so fünf Sekunden gehackt und dann wird man schon wieder angegriffen von diesen Affen hier. Obwohl, jetzt hat er sich wieder selber... Okay. Himmelarsch und Sven. Die überwachen genau diese Konsole hier, diese blöden Penner. Aber wir haben gleich eine halbe Minute schon gehackt, tatsächlich. Oh! Oh! Weg da, du Fliegentier! Das kann doch nicht sein, Leute, ehrlich. Verarschen jetzt, oder was? Und wenn ich da dran bin, dann kommt der wieder raus, wa? Der Zweite kommt. Oh, Leute. Ziel eliminiert. Warum hätte ich denn da was für mich? Ich kriege ja echt schwächer als Fall, Alter, ehrlich. So. Dass er das nochmal wieder neu hacken muss, obwohl wir es gespeichert hatten, das verstehe ich nicht. 4 Sekunden. 4 Sekunden. 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, gehackt. Und sie verschwinden automatisch. Wie beim letzten Mal. Wir haben ja schon viel Luft gejagt, tatsächlich. Wir haben keine Verluste. Das habe ich gemeint. Ein Generator mitten in einem Baum. Wenn das nicht seltsam ist. Aber das sind die, 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 das machen sie halt das immer. Gehren Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Rüber mit Ihnen, Delta. Bleiben Sie in Bewegung. 07, komm bereit. Alle sind ja. Alle sind in Bewegung. Hier kommen Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Geh in Deckung. Wow, macht die Luke auf und schon hat man gleich. Das ist gleich abgedehnt. Ist das richtig? Ich würde mir das gerade nur sauber an. Mit Motivation. Aber noch irgendwie so ein bisschen granatenmäßig noch am Start. Guter Spotsch. Na dann. Ja. Ich würde mich wieder da geben. Ich wurde getroffen. Halten Sie durch, Fixer. Hilfe ist unterwegs. Begleis wieder da. Wow. Ja. Mein Gott, Alter, wir müssen noch sterben. Hä? Wow. Schwache Vitaldaten. Wir sind tot. Letzter Spielstand. Hä? Letzter Spielstand, du... Okay. Verdammter Mist. Ich muss doch irgendwie was anderes haben. Halten aber noch. Ich muss doch irgendwie noch was anderes haben. Absolut, wie das gehört? Ich spiele mich für ein bisschen verknüpfen. Ich spiele mich. Ich spiele miche. Ich spiele miche. Es geht nicht. Ich spiele miche... Schwer den jeden kenne. Ich spiele miche. Jetzt geht also. Ich spiele miche. Ich bin ein Schwaches, ich bin ein Schwaches. Mein Gott, jeder Schuss ist Treffer, aber... Mann, ist er blind. Also. Ich muss nachladen. Ich habe ziemlich was abgekriegt. Ich brauche Hilfe. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Wir haben die Gelegenheit. Wir haben die Gelegenheit. Oh, der ist ein Gelegenheit. Oh, der ist ein Gelegenheit. Ich bin unterwegs. Das Spiel versteh ich nie, ne? Warum fehlt der denn nicht mal mein Gehirn? Ja, sag was du willst, das Spiel ist zu alt. Der hätte das ganze Taktisch-Shop schon gemacht. Das sind doch verdammte Kackgranaten für unser Raketeversor, nicht so haben wir hier nichts. Die ganzen Blastergeschosse auf mich eingeschossen. Ich kriege hier nicht mehr Taktisch-Shop. Ich kriege hier nicht mehr Taktisch-Shop. Ich frage mich. Du bist ja gut. Mano, mano, so noch die beiden. Mann, die Brüder. Okay, gut. Was ist da? Ach du Scheiße. Wir sind im Arsch, Leute. Telefon, Telefon, Telefon. Es ist Mann. Supermaneuver Schießt heute noch nicht Nein, nein Nein Das schaffen wir nicht Weil die nur auf mich schießt, ne? Wie soll man das mit nem scheiß Kluidenträger hier schaffen Alle sind tot Eine lebt ja noch so lange Nein Maaan Kippen Nein ich verstehe nicht warum hat diese er dreht auch keine anderen waffen das darf nicht wahr sein alter hat noch drei sekunden und hier haben wir preis schussfeld ja so lehrt das raus ich weiß nicht mehr wie viele abschüsse ich habe das hier das ist noch alles auch ein hangar ja aus Mann, ist es euer Ernst? Ein super Kampfgegen, wir werden hier doch wohl zusammen aufpassen. Dann den zweiten, genau, jetzt den hier. Durchhalten! Richtfeuer Boden, richtfeuer Boden! Wir machen die Kapperkisten alle. Wir brauchen diesen Soldaten-Dämpfer. Kann euch sein, dass... ...wege aufstehen. Wann geht's los, Bord? Geben Sie alle Namen! Hast du es vermutlich, wir nehmen! Sie ist eliminiert! Oder wo ist die Kapperkisten? Wenn wir den fertig haben! Dann haben wir unsere Kapperkisten hier wieder! Ah, sehr gut! Oh, sehr gut! Da unten ist ein Wookie! Er braucht anscheinend Versagen! Sie, Bacta, jetzt! Ja, Sir, bin unterwegs! Roger, hole Bacta! Wookie, Wookie, Wookie! Wookie, Wookie, Wookie! Nimm mit! Guck mal, was ist denn das für eine Kacke? Ah, das ist... Ihr Kollege, du auch! Er geht einfach so durch den Wookie durch! Ist nicht schlecht, Kollege! Gehen! Ah ja, wir kommen... Er sagt, wenn Sie irgendwie die Tür öffnen, können Sie einen Hinterhalt umgehen! Das wäre ja mal ganz was anderes! Die andere Tür wäre ein Hinterhalt gewesen! Fast geschafft! Na, zum Glück brauchen wir Bacta, ne? Sonst wären wir da voll Ende von reingefallen! Woh! Jetzt! Sehen Sie! Die Droiden sind deaktiviert! Warten auf einen Befehl, der nicht kommen wird! 07 ist einsatzbereit! 07 ist einsatzbereit! 1 08 ist einsatzbereit! Doch, mach mal. Hätten wir noch mehr umgehen können? Nein. Wir müssen trotzdem noch schlafen. Sehr super. Soll der Wookiee das machen? Bacta! Uh, spannend, spannend. Wenn wir jetzt auf Grievous treffen. Ja, wir machen ja schon. Hallo? Hat der Mann und so kein D-Zug. Oh. Oh, das ist der Hangar, oder? Oder auch nicht. Kämpfen können diese haarigen Biester. Oh, oh. Es ist General Grievous. Und er scheint nicht allein zu sein. Das war aktiv zu Verräter. Sir, Grievous entkommt. Ich habe das Signal verloren. Verdammt. Oh, ich wollte doch darauf. Wir könnten im Moment nichts unternehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Primärziel. Oh, cool. Diese Typen schon wieder. Kann das sein, dass einer mich die ganze Zeit bearbeitet? Was war das denn für lägliches Geräusch? Ich weiß nicht. Die Scheiß-Magna-Wache, alter Hände. So anstrengende Gesells. Das nicht hierzu. Eine Magna-Wache. Ich glaube, Clarke Day sind wiram da. der einherz noch nicht abgesehen die konzentration dass wir müssen ganz auch unterscheiden die nächsten wagner wach ist da ein das Ich glaube. Das ist so geil. Die sind so hohl. Anstatt, dass sie hier dieses Ding nehmen. Hat jemand Bagda? Ich brauche Bagda tatsächlich. Uh. Magna wachen. Was kann noch alles kommen? Momentchen, Momentchen. Das Ding lassen wir nicht so einfach... Habe ich das gerade ausgetauscht? Nichts mit meinem Blaster oder so? Oh, warte mal. Lass mal eben ganz kurz. Wir haben ja da so gut gekämpft gerade. Das dürfen wir uns nicht hingehen lassen. Verdammt. Verdammt droiden. Dann habe ich alleine weg. Oh, Wookiees, Wookiees. Du? Das war ein Wookiee. Ich bin gleich fertig. Hey, Wookiee, geh weg. Und die einfach an den Wookiee beilaufen, um uns zu trainen, Alter. Das hier sind so ein Scheiß-Piex. Nicht der hier. Super, kampfst du ihn, ne? Das ist ein Kerl. Das liegt auf uns ein. Oh nein. Feuer. Feuer. Boah, Alter. Das, was der alles abkriegt. Die sind so super abgekürzt. Kann man nicht sagen, ich gucke dir das an Oh, die dumme Zeit Ich glaube das ist eigentlich noch so koordiniert worden Oh oh, ich find's gemütlich Keine Fresse Ist das noch los? Leute macht uns frei, glaub doch nicht frei Was ist das? Wohl, 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 wohl ziemliche oops,池, zieht ihr mich? Wohl, 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 weination menschen und und der nehmann wie gesagt keine dinge dazu zu haben ist mir ganz nicht bereit keine motivation ist aber da liegt noch motivation anzerbrecher ja dann lassen aber mein glück kommen jetzt diese klappergesteller von moment hier so bändchen ich will jeden scheiß wieder das glaube ich habe jeder aufnahmen aber ich will jeden kleinen fuck shit irgendwie speichern weil das spiel ist schon schnell genutzt momentchen lass mich mal gucken gehen also ich dachte vielleicht super heftige thermal detonatoren super atombomben munition die abwehrsysteme sind online jetzt ist der kreuzer der separatisten fällig in den oberen ebnen der vier buchten sind dual raketengeschütze stationiert nur mit der vereinten feuerkraft aller vier geschütze haben wir eine chance diesen moloch zu vernichten ja alles klar digga dann rein mit ihnen deltas warum bewegen wir uns nicht der knopf sieben auch verzeihung sehr auch zehn sekunden da werden wir hast du ich hätte mal vorlesen können aber irgendwie kann ich los wir sind jetzt ganz oben so das heißt wir sollen alle geschütze einnehmen ohne das wird es nicht ist es gibt anzeite dinge das ist aber sowas wie geil oh nein wir müssen uns erst mal vereint konzentrieren das müsste doch eigentlich schon fast gereicht haben wir machen sie alle der taten ich tricke einfach nicht gesucht davon sieben wird sie das nicht losen waren zu blöden ich hab ja selber schießen Ah, wo kommt die Kerle denn noch her? Meine Fresse, wo ist denn hier? Komm, es liegt jetzt noch dahin. Wo ist der Magna-Mensch? Ist er down, der Magna-Mensch? Haben wir den nebenbei weggemacht? Können Sie sich ein bisschen Bacta den Tag? Wer unterwegs? Holer Bacta. Wir brechen auf. Ich dachte, Sie würden die Franser. So, ich sammle mir noch mal ein bisschen Motivation an. Und wie gesagt, damit wir den Shit nicht noch mal machen müssen, immer schön es wegspalten. So, eigentlich sind wir gut gerüstet, ne? Heutzutage der Separatisten. Alles klar, ne? Oh, ich glaube, das war ja nice. Geh'n wir rein, leise. Roger, Roger, Roger. Noch ein bisschen. Pipi, 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 pipi. Gelte bereit zum Vorrücken. Verlass. Geh'n wir mal weg. Geh'n wir mal weg. Endlich. Geh'n wir mal mit. Oh. Deine Ganaten. Moment. Siehst du, überlebt man so etwas? Was? Oh, das war wohl zu spät für uns. Erwarte Befehle. Ja, Befehle. Dann halten wir auch die Befehle rein. Dann läuft der war so vor. Ja, komm, dann. Wie macht das wohl beim nächsten Mal ausgehen? Danke fürs Einschalten. Und, ähm, es hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ciao.